Musik Für mich als Fliesenleger und Ofensetzer ist es wichtig, Unikate zu schaffen, mit den unterschiedlichsten Menschen und Professionisten zusammenzuarbeiten und das Ergebnis soll nicht nur meine Kunden begeistern, sondern auch mir riesengroßen Spaß machen. Egal, ob ein schöner Kachelofen oder ein schönes Badezimmer, meistens verliebe ich mich selbst in meine Werke. Die Leute kaufen heute zutogenommen mit den Augen. Darum ist es wichtig, dass der Plan begeistert. Egal, ob ein Badezimmer oder ein schöner Kachelofen. Früher hat das mein Vater von Hand gemacht und ist oft tagelang dabei gesessen. Heute muss alles viel schneller gehen und wir arbeiten mit Computern und modernen Werkzeugen. Der Kachelofen hat schon lange nicht mehr nur die Aufgabe zu wärmen, sondern er hat auch die Aufgabe, schön zu sein. Ich als Nachfolger habe das große Glück, auf die Erfahrung und auf das ehrliche Handwerk meines Großvaters und meines Vaters zurückgreifen zu können. Dem werde ich auch treu bleiben. Meine Augen jedoch halte ich offen für Neues, für Trends, wie zum Beispiel mit meiner Keramik ganze Häuserfassaden zu verkleiden. Der Follow-Me-Award. Voten Sie mit! Wählen Sie den super Nachfolger, klicken Sie follow-me.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-Me-Award gewinnt. Follow-me.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive. Follow-Me ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der begleitenden Projektpartner. Das ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark.